Was geht Leute? Mein Name ist Lotte Dany B-B-B-Wirnitsch Willkommen zu einem neutem 1 gegen 1 Diesmal gegen den Solution, was geht ab? Genau, gegen den Solution und ja, es war eine spontane Idee, weil wir in letzter Zeit ziemlich viel Kontakt haben, beziehungsweise ab und zu mal eigentlich. Ab und zu passt das wohl besser, Alter. Ja und heute machen wir ein 1 gegen 1 auf Rust, da wo man damals die ganzen Probleme geklärt hat, also damals eine Gottes-Map und ich fang einfach mal an. Auf welche Empfindlichkeit spielst du? Ich glaube auf 5 oder 6. Ja das war echt so, früher wurden alle Probleme, die man online hatte, auf Rust geklärt. Mal unterzuweisen einfach. Okay. Welche Empfindlichkeit spielst du? Nochmal. Ich guck jetzt mal eben. Ich spiele auf 5. Okay. Reicht, reicht genau um dich zu rasieren. Okay, das würde ich sehen. Ey ohne Scheiß. Oh Gott, das wird... Aber nur Quickscope erlaubt, ne? Kannst du dir jede Klicke mal anschauen. Ja, schau ich mir auch. Was, echt? Ja klar. Ich hoffe, ich verliere und du hardscopes oder sowas. Ne, das mache ich ja nicht. Oh Gott, habe ich lange nicht mehr gesnipet, Alter. Oh fuck, Alter. Ich wollte gerade sagen, ich mache die 30 nur lang. Echt? Oh. Oh mein Gott. Hast du... Also da ist aus, ne? Stimmt. Ja, da ist aus. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, Alter. Anwender nicht vergelt gewesen. Nein, das kann nicht wahr sein. Ernsthaft? Du bist echt gut im snipen. Gott, ich habe lange nicht mehr gesnipet, Alter. Ja. Fuck, Mann. Ich war gerade so konsultiert. Ich habe dich unterschätzt, Alter. Ich habe dich richtig unterschätzt, Alter. Fuck. Die glaube ich auch, Alter. Ohne Spaß. Scheiße. Ja, wir haben uns beide unterschätzt, denke ich. Obwohl ich eigentlich relativ okay bin im snipen, so weiß nicht. Habe ich das Gefühl manchmal. Oh verdammt, ich wollte hardscoppen. Zum Glück habe ich dich nicht getroffen, irgendwie. Nein, was? Das will ich sehen. Der Snipergott hier, oder was? Oh, Mann. Verdammt, Alter. Ich habe hardscoppen. Bist du? Komm her, ich höre dich doch, Digga. Nein, hörst du nicht? Doch, ich höre dich, Mann. Nein, tust du nicht. Ich höre dich hier rumstelzen, Alter. Ey, das nervt mich voll. Du hast Ninjan, ne? Nein, ich habe keinen Ninja. Oder, warte? Nein, ich habe ruhige Hand. Aber ich camp doch nur. Ja, ich camp jetzt auch. Ernsthaft? Ich habe angefangen zu campen jetzt, ohne Witz. Komm her, Alter. Fuck! Oh! Was? Was? Kannst du mich verarschen? Was ist das? Das ist das Boss Aim. Wie hast du den getroffen? Was? Ich treffe dich gar nicht, Digga. Was? Das ist der Aim? Ey, Mann. Ich verstehe gar nicht. Ach, Gott. Ich habe echt mein Skill in der Amp. Mein Gott, das kann nicht sein! Was machst du da? Lass dich stehen. Ich bin eine Klasse gestohlen. Ja, bleib da durchstehen. Ich gehe dich fallen da nicht nochmal drauf rein, Alter. Du solltest meinen Aim stehlen, Digga. Was? Du solltest meinen Aim stehlen. Ich weiß nicht. Ich socke zu wenig, Alter. Wo bist du? Ich gebe... Was? Wo bist du? Oh mein Gott! Scheiße, Alter. Ich habe eine Predator. Darf ich die benutzen? Nein. Nein. Nein, nein. Das ist sowas wie, als würde ich meine Aufklärungszone benutzen, quasi. Nein! Nein! Oh, das kann nicht wahr sein. Alter, das kann nicht wahr sein. Ich hatte früher schon mal viele Probleme online, die geklärt werden mussten. Ja, ich hatte noch nie so welche. Vor allem nicht hier. Weiß nicht. Okay, das ist eine Aussehen. Ich will nicht immer aussehen suchen, um mehr zu sein. Aber es ist schon... Oh mein Gott! Was? Okay, der war nicht übel. Das kann nicht wahr sein. Wieso bist du so gut? Ich habe das niemals gedacht. Niemals gedacht, Alter. Ernsthaft. Ernsthaft, niemals bist du so gut bis hier im Snipen. Ich war früher ein Mobbing-Opfer, deswegen mussten viele Probleme geklärt werden. Okay, warte. Wo bist du? Ich werde doch irgendwo rumlaufen. Also ich will zwar nicht sagen, dass ich dir glaube, aber ich glaube dir. Nein! Oh Gott! Ich hasse alles. Knopf zu schneiden! Fuck, Mann! Oh Gott! Aber die Spawnpunkte kennst du aber auch scheinbar. Ja klar, kenn ich die. Kennst du den Spot hier? Aber ich will gar nicht wissen, was für einen Spot du meinst, Alter. Komm her! Wo bist du? Weißt du was? Du kommst immer... Ja. Du kommst einfach immer aus Orten. Ja! Scheiße, Alter. Das ist echt doch ganz schön eng, Mann. Ich habe noch eine Aufklärungsdonne. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Fuck ey! Das ist... Du bist echt harter Gegner, Alter! Ernsthaft? Normalerweise... Fuck! 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 Das ist so eine Anspennung gerade für mich. Fuck! Ich weiß nicht wo du loskommst. Ach da! Ach verdammt! Darf ich die Dohne aktivieren? Dann benutze ich die Predator und gehe sie runter. Dann sagen wir, du aktivierst die Predator und ich aktiviere die Dohne. Alter! Ja! Ich habe... Ich habe nur die ersten paar Schöster gut getroffen, Mann! Ohohohohohoho! nectar! Nein, Leider. Okay, gut! Jetzt bin ich wieder. Redator, bereit zu meinem Father. Zueroy hier. Na? Oh mein Gott! Okay, ja. Okay! Oh mein Gott! Was? Bitt ist so ein... Oh fuck! GPS! Orbital Tunda. Pirate Reich! Peru. 父 ф Hisk. 다 pitt. Am Bein habe ich dich getroffen. Aber du liegst auf dem Boden. Oh mein Gott. Okay, das ist ganz schön knapp, Alter. Ich fühle mich danach, eine Revanche mit dir zu machen, Alter. Glaubst du, weil du verlierst? Ja, ich habe das Gefühl, ich verliere. Glaube ich auch. Nein, Spaß. Nein, kein Spaß. Wo bist du? Du sagst ja nicht. Oh, bist du am Campen, Alter. Du bist so am Rumgeilen, ich schwöre, du bist so am Rumgeilen. Alter, bist du am... Was? Was? Du musst... Oh mein Gott. Er geiert erstmal die Predator raus. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie kann man auf der Fünferempfindlichkeit spielen, Digga. Aber was spielst du denn? Zehn oder was? Ich verstehe das nicht, wie du mich manchmal triffst, Alter. Ich will eigentlich eine Revanche am besten haben, ey. Aber was spielst du denn auf der Fünferempfindlichkeit? Acht. Acht? Ja? Manche Sniper spielen auf zehn, Digga. Fuck. Früher wurde nur noch zehn gespielt. Oh mein Gott! Ernsthaft? Ich bin auch auf fünf. Irgendwas stimmt da nicht, Alter. Ernsthaft. Das ist schon hart, also... Ah, jetzt habe ich den D-Saus. Jetzt gewinne ich noch. Glaub ich... Ah, was? Fuck. Quatsch. Ich will unbedingt gewinnen, komm schon. Oh, verdammt. Fuck! Wie fühlt es sich an, ermordet zu werden? Noch zweieinhalb Minuten, Alter. Ich bin richtig aufgeregt, Alter, gerade in dem Moment. Alter, das... Das kann doch nicht so knapp sein. Ich bin richtig aufgeregt, gerade. Ernsthaft, ich bin sowas von aufgeregt. Quix... Heißt du, das ist der Quixcoper-Boss? Ja. Bin ich denn der Quixcoper-Boss, wenn ich jetzt gewinne? Ja, dann ja. Dann hast du meinen Platz übernommen. Fuck! Dann darfst du so den Titel schreiben. Ey, wenn ich das Ding noch verliere, ne? Fuck! Ja! Fuck! Er geht in Führung, Digga. Das darf ja nicht wahr sein. Was? Der war drauf! Nein! Alter, ist das knapp. Alter, ist das knapp. Oh mein Gott! Du machst mich mehr als ich, Digga! Oh Gott, nein! Geil, Digga. Okay, warte. Jetzt fäng ich dich wieder. Ich höre dich doch schon wieder. Rumkrebsen, Alter. Oder bist du doch? Hallo? Oh, was? Ey, ist das knapp, ne? Ich schwöre, das ist so knapp. Alter, ist... Oh mein Gott! Ich hasse es, wenn du einen Kill machst! Nein, das kann nicht wahr sein! Oh mein Gott! Easy going! Ich hätte niemals gedacht, dass du so gut bist, Alter. Das kann nicht wahr sein, ich steppe dich die ganze Zeit quasi schon. Also ich muss sagen, ich habe auch gedacht, dass das eigentlich ein Selbstgegenreis ist, weil du zockst ja nicht mehr so viel COD und du spielst dafür. Alter. Okay, komm. Komm her. Digga, was? Du spielst auch besser als ich dachte! Fuck, man! Die Zeit läuft, die Zeit läuft! Ja, ja. Scheiße! Digga, dieses Video, wenn das keine hundertprozentige Watchtime bekommt, hab ich keine Ahnung! Ey, du... Ey, Digga! Jetzt hör auf so rum zu gammeln! Wo bist du?! Du willst in der letzten Sekunde den Kill machen! Ey, du kannst nicht so ne Pussy sein! Junge, verpiss dich von mir! Komm, mach lieber unentschieden, Digga! Unentschieden! Oh nein! 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 Er wartet bis zur letzten Sekunde, der Wichser! Oh mein Gott! Diese kleine Pussy, Alter! Fick dich, Digga! Oh mein Gott! Egal, ich hab nicht nur noch Hosen an! Ich hab nur Unterhosen an! Scheiße, Digga! Ich kenn nicht mehr! Oh nein, Digga! Ich hab's doch gesagt! In der letzten Sekunde macht er den Kill! Ich bin fertig! Das geht nicht mehr! Das kann nicht wahr sein! Alter, ich hätt mich vercampen sollen! Ich hab erst überlegt, komm Digga, du läufst nicht mehr raus! Dann dachte ich mir, komm, ich geier dich! Ey, du bist echt gut, Alter! Du bist echt gut! Scheiße! Ja, Digga, lass doch mal eine Revanche machen später! Ja, okay, aber im nächsten Video, okay? Alles klar! Boah! Vielen Dank fürs Zuschauen! Link in der Beschreibung zu Solution und anderen wichtigen Sachen wie mein Equipment! Und ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast! Ja, danke, dass ich mitmachen durfte! War auf jeden Fall eine ganz herzliche Geschichte! Ja, auf jeden Fall richtig krass! Wir machen auf jeden Fall eine Revanche! Wenn ihr Revanche sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da! Und wir sehen euch da hinten im nächsten Video! Ciao, ciao! Haut da rein!